Moinsen Leute! Willkommen hier zu The Walking Dead 2 Vails und zwar in der Season 4. Und die Season 4 hat gerade angefangen und wir, TBB Server 20.161 mit ARK und den ganzen Clans bei uns, kämpfen in der Season 4 gegen verschiedene Regionen. Wir schauen uns vom Anfang erstmal der Regionen an und zwar 20.161. Dann kämpfen wir gegen 20.173, 20.176, 20.178, 20.180. Und Jungs und Mädels, es sind richtig gute Spieler dabei. Wir schauen uns die Ranglisten auch an. Dazu gehen wir mal hier raus, klicken auf mein Profilbild. Wir stellen mal die Sprache um. In Englisch, bestätigen. So, jetzt sind wir wieder in meinem Account und zwar mit der englischen Sprache. So, wir gehen auf Ranking und aufpassen, Leute. Ich habe es nicht gedacht, aber ich glaube, wir haben hier einen Spieler, der stärker als Bullseye ist. Wir schauen uns das, wie gesagt, an. Also, Cookie Monster hat 456 Millionen Macht. Das ist pervers. Das ist pervers viel. Preserver 3, 273 Millionen. George Bush, 88, 225 Millionen. Ja, Soskin ist hier noch. Mito. Mito spielt leider nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Wir haben hier noch Moon, Captain, To, Mi, Mi und Gladiatore. Wen haben wir denn hier noch so? Wir gucken mal wieder die Top 20 an. Evander, ich grüße dich. Ja, aus meinem Clan. Blue Tears Button. Richtig starker Spieler. Ja, das ist so unser Zugpferd. Ne? Button und Evander. Richtig stark. Maverick, Pirate, Kim und Psyl's Nice. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich bin hier auf Platz 91. Ah, hier ist nur noch Super Mario. Bumblebee. Ich wollte auch nur die Top 20 angucken. Wieso scrolle ich jetzt hier weiter runter, ja? Bumblebee, grüß dich. Alex Vintas, grüß dich auch. Ich grüße eigentlich alle hier. Und ja, das ist die Macht, ja? Und ein Spieler in der Season 4 mit 456 Millionen Power. Das ist schon ordentlich. Na? Wir gehen mal auf die Kills. Ähm, oh ja. Okay, Hiroshima hat 111 Millionen Punkte bei den Kills. OP Zorro, ich grüße dich auch. Abruzzi ist auch dabei. Er ist auch überall dabei. Ähm, ja. Das Baby Boss. Ne? Das Baby ist hier. Auch vertreten. Unter den Top 20. Bumblebee. Zita. Zita auch? Okay. Button. Okay, ich bin hier Platz 42. Na ja, gut. Es beginnt ja auch die neue Season. Mal gucken, was da so gekillt wird, ja? Ja. Die Verwundeten. OP Zorro. Mensch, was ist denn da los? Ja? Baby Boss. Baby Boss, du wirst immer angegriffen. Ich weiß auch nicht. Ich bin hier Platz 49. Abruzzi ist auch schon wieder hier. Soskin. Baby Tiger. Ich grüße dich auch. Ähm, wen haben wir denn hier noch? Super D. Ghost Rider. Ja. Cynthia. Boah, hier ist ordentlich was los, ja? Town Hall, also Rathaus. Äh, Cookie Monster mit 48 Millionen. Ja, wie, das brauchen wir nicht zu sagen. Ja, das ist, äh, Pre-Server, 31 Millionen. George Bush, 88. Soskin. Mito, ja, wie gesagt, Mito, ja, dein Avatar ist durchsichtig und dein Account ist auch durchsichtig, ja? Durchsichtig in der, äh, Wallachai. Evander, Gladiatore, hier auf Rang 15, Super Mario, Blue Tears, ich bin hier auf Platz 98. Okay, aber ihr seht schon der Unterschied zwischen den ersten und zweiten, der ist schon echt enorm. Ja, da braucht man nicht viel, äh, sagen. Survivor. Ja, er ist auch schon wieder auf Platz 1. Hat er überhaupt Ezekiel? Wir gucken mal. Ne, hat er nicht, aber er hat Yumiko. Yumiko, ich sag's immer wieder, krasse, krasse Survivorin, ja? Ja, die knallt echt alles weg mit ihrer Crew. Aber Ezekiel sehe ich hier nicht. Ach doch, da. Mit 38er Level. Haha, das ist ja süß. Okay, gut. Äh, ich glaube, wir haben aber auch eh kein Ezekiel hier auf Level 100. Und das ist richtig gut. Oh. Ja doch, Mito hat ihn, aber wie gesagt, Mito spielt ja nicht. Okay, wen haben wir denn hier noch? Moon, Super Mario, schon wieder Lisbeth, Alex Vintas, Nicole G, Bumblebee. Ich bin hier auf Platz 71. Ich weiß auch nicht, die goldene Ausrüstung, das ist echt schwer. Technologien ist auch schon wieder das Krümelmonster oben. Ich bin hier auf Platz 67. Evander ist auch schon wieder mit vertreten. Unser Button natürlich auch. Zita. Wieso hat die so viele Punkte? Ey, ich sollte ihr den Geldhahn abdringen. Alex Vintas, Mr. Singh, Rekruten. Äh, guck, der Unterschied, ja? 22 Millionen zu 12 Millionen. Das ist, äh, das kannst du erzählen, was du willst, ja? Rekruten sind echt krass. Aber ich muss sagen, dass die Rekruten, wenn du neu anfängst, du levelst die viel schneller und viel besser auf, als wenn du schon einen alten Account hast. Ne, auf der S8 ist mein Rekrut mit einer grünen Ausrüstung immer noch, ja? Und hier auf der S4 habe ich schon blaue Ausrüstung, ne? Kann ich euch ja mal zeigen. Mit 3,4 Millionen, das ist zwar süß, ist nicht viel, aber wenn du neu anfängst, irgendwie levelst dich das alles schneller auf. Ist klar, damit, äh, zwischen Season 8 und den Neu Angefangenen, ne, das Gleichgewicht irgendwann mal schneller hergestellt wird, ne? Okay, gut. Fahrzeuge. Äh, ja, mal gucken, was er hier so hat. Er hat natürlich das Wattfahrzeug, die Gemüsekarre und er hat natürlich auch die Modifikation, ja, die hat er auch gut gelevelt. Gemüsekarre ist auf Maximum, hier nicht Maximum, hier auch nicht Maximum, hier auch nicht. Okay, scheint so, doch, hier hat er Maximum, hier auch Maximum. Ach ja, das Wattfahrzeug, ne? Also hätte ich die Wahl zwischen der Gemüsekarre und das Wattfahrzeug. Ich würde die Gemüsekarre nehmen, ne? Die Gemüsekarre ist ein Ticken besser. Okay, gut, ähm, was haben wir denn hier noch so? Pre-Server hat auch ein Wattfahrzeug, ist bei uns auf dem Server mit drauf. Ja, Mithu, wie gesagt, der spielt ja nicht mehr, ansonsten Pirate King, äh, Pirate Kim hat noch ein Wattfahrzeug. Super Mario, hä, du hast auch ein Swat? Ja, pff, Glückwurst, ja. Okay, ich bin hier Platz 62, aber gut, die Tiere. Oh, ich bin hier nur auf Platz 32, wir können ja mal meine Tiere angucken. Ja, ne, das ist echt schwer, die ganzen Skills aufzuleveln und die Rubine. Ähm, aber ich bin hier ja nicht Teil, äh, der Rangliste. Wir gucken mal auf Cookie Monster, 58 Millionen. Er ist natürlich auf Maximum hier bei den Tieren mit 13,7 Millionen. Ist logisch, weil die Tiere hier nur mit 13 Skills angegeben werden. Die 15 Skills, Hunde oder Tiere allgemein, die kommen ja erst später. Ne, ich weiß gar nicht, welches Season. Könnte man in die Kommentare schreiben, ich glaube Season 6 oder 7. Ne, da gibt's Tiere mit 15 Skills. Und natürlich wird er auch alles, äh, voll der goldenen Skills ausgerüstet haben. Ja, richtig. Und, äh, wie gesagt, ich brauch dazu nicht zu viel zu sagen. Das ist, äh, nicht schlecht. Ja, übrigens könnt ihr bei den Hunden, wenn ihr einen Schieber habt, der richtig gut ist, der einen guten Multiplikator hat, ihr müsst da nicht die Scharfschützen-Skills reinpacken, ja. Ihr könnt den Schieber auch auf Nahkampf auslegen. Ja, die, die Rottweiler, Nahkampf, Schieber, Scharfschützen und Kabelrieder Husky. Das ist immer nur so, so grob, ja. Weil wenn du den Hund kaufst, hast du halt die Grün-Skills, die zu dem Hund passen. Ja, manchmal natürlich auch nicht. Aber es spielt keine Rolle, ob du jetzt einen Husky auf Nahkampf auslegst oder auf Scharfschützen, das kannst du ruhig machen. Ne, das ist kein Thema. Entwicklungsüberlebende. Mh, Cookie Monster, Soskin. Ja, Moon, Maverick, Queen, Bumblebee auf 13. Oh, ich hab ganz knapp die Top 20, äh, verfehlt, ja. Aber richtig knapp. Ja, okay. Gut, Geschenke ist eigentlich eine Kategorie, die mich nicht so interessiert. Ja, die ist da. Charisma, genau das Gleiche. Ähm, und ja. Benefactor, 350, ist auch so. Okay, gut. Also, ich würd mal sagen, wir haben alle viel Spaß in der Season 4, dass alle, ähm, also wenn du jetzt auch hier schaust, du bist auch in der Season 4, aber nicht hier vertreten. Ich hoffe, dass du viel Spaß hast mit deinen Servern, ja. Seid alle lieb und artig, bekämpft euch, äh, schön ordentlich, ja. Nicht unfair spielen. Ansonsten, äh, ansonsten würde ich sagen, beend ich einfach das Video und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Sultai. 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 Vielen Dank.